Also wir nehmen hier erstmal die Kohle mit und draußen haben wir ja das Lager, ich hätte eigentlich Kisten mitnehmen können, fällt mir da gerade auf. Draußen haben wir ja das Lager. Lager ist ein bisschen zu viel gesagt, aber wir haben quasi die Kiste da draußen, die wir eben vollstopfen können mit unseren Bedürfnissen. Da geht es auch noch weiter, das ist so der Hammer. Also da, 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 dann da, da, da und da und noch ein Stück rein und da sind auch schon wieder die nächsten Ressourcen. Was ist denn das Dunkle? Ähm, Debug-Messages ist natürlich ganz toll, aber das Tolle ist jetzt natürlich auch, dass ich, ähm, ich habe sie ja jetzt ausgeblendet, ähm, weil es nach wie vor ein Debug-Bild war. Aber, da ist gerade nichts. Ich sollte hier wahrscheinlich wieder eine Fackel setzen. Hallo Kohle. Da weiß man aber immer nie so genau, was es jetzt eigentlich ist, was man hier abarbeitet. So. Es sollte aber nichts Schlechtes sein. Eisen. Ich finde es total witzig, dass Eisen hier so, so rostbraun ist. Ich meine, klar, okay, Rost, aber eigentlich ist Eisen doch nicht rostbraun. Eigentlich ist Eisen, hm, gute Frage. Ich glaube, es ist schwarz. Insofern passt das mit dem Rostbraun vielleicht doch auch. So. Die Kohle nehmen wir mit. Wir könnten uns mal wieder Fackeln machen. Oh, nee. Auch noch Gold hier. Also, das ist echt super hier. Hier gibt es echt gut Ressourcen. Ich bin fast versucht, hier richtig mies Löcher in, in, in die Pampa zu hauen. Und ich meine so richtig mies. So, richtig mies industriell. So. Okay. Dann klettern wir hier mal an der Seite runter. Einfach, um zu sehen, wo wir da gelandet sind. Und so. 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 Fluff, fluff. Und fluff. Hier kommen wir auf jeden Fall wieder hoch. Okay. Hier an der Seite reicht es. Wir könnten ja auch wieder die Treppen setzen. Habe ich noch Treppen. Wahrscheinlich oben in der Kiste. So. Ich will jetzt auf jeden Fall zurück, weil ich das Gold da hinten noch holen will. Und da muss ich auch auf jeden Fall Löcher reinsetzen. Und was ich natürlich auch möchte, ist mir den Schotter holen. Wobei ich natürlich auch davon ausgehe, sobald ich den Schotter, äh, antitsche, fällt der alles nach unten. Deswegen habe ich den unten da noch nicht angetitscht. Wobei das an und für sich aber auch kein großes Problem wäre. Wenn der noch... ... ... ... ... ... ... ... Seht ihr das eigentlich alles? Das ist echt bitter. Also ich finde das echt bitter. Was hier an Zeug rumhängt, das ist echt der Hammer. So, ich gehe mal hier... Ah, hier geht es auch noch weiter. So, okay. Das ist jetzt auf jeden Fall eine Sackgasse. Ich denke, ich mache mir mal wieder ein paar Fackeln. Kohle habe ich ja jetzt. Ähm, so war das ja gar nicht. Ich denke, 100 Fackeln reichen erst mal. Da habe ich fast unsere gesamte Kohle wieder aufgebraucht, aber das ist halb so wild. Äh, wieso habe ich das Blümchen eigentlich noch? Mein Hirn. So, wie gesagt. Das mit der Kohle ist halb so wild, wenn wir hier auch genug Kohle kriegen. Ich meine, die muss jetzt halt gerade ein bisschen dran glauben, aber das geht schon. So, Kupfer habe ich auch wieder, ne? Das ist super. Das ist einfach super. So, da nehmen wir doch da mal ein bisschen Kohle mit. Wie viel gibt eigentlich so ein Kohlefeld? Ich habe drei abgearbeitet, es gibt zwei. So, das heißt, ich müsste jetzt acht haben. Nein, es gibt sogar nur eins. Okay. Verstanden. So, so. Dann will ich hier noch ein bisschen... Genau. Rein. Einfach, um zu schauen, ob da noch ein paar Ressourcen irgendwo liegen. Und sie tun's. So, ich brauche eine neue Spitzhacke. Tag. Tag. Du kommst nach unten. Tag. Tag. Also, hier die Hälfte, da hin. Eins, zwei, drei. Okay. Zack. Da, da und da. Zack. 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 Ich schiebe mal auf meinen Hunger. Der sieht eigentlich noch ganz okay aus. Äpfel habe ich genug. Bäume habe ich auch noch ein paar. Ich sollte mir die Fackeln ins Inventar legen, übrigens. So. Das Essen ist quasi die Notrationen. Die brauche ich nicht im Inventar haben. Also nicht in der Schnellzugriffsleiste. Setzen wir hier mal ein Dinger hin. Und dann sind wir da erst mal glücklich und machen hier mal weiter. So. Wir nehmen hier die Kohle mit. Das wird immer besser hier. Das ist unglaublich, wie genial die Ausbeute hier ist. Meine Maus schon wieder. Ich glaube, ich brauche echt neue Hardware. So. Ich will natürlich ein bisschen rein. Genau. Ich will einfach immer ein bisschen rein, weil ich das Gefühl habe, dass es da richtig viel gibt. So, ich darf mir natürlich auch nicht den Rückweg verbauen. Ich muss ja auch wieder rauskommen. So, hier ist gerade nichts mehr. Hier oben ist Duster. Das ändern wir. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht. Das ist schon fast bitter. Aber das Tolle ist, mit Ratten haben wir eigentlich immer was zum Essen. So. Ich bin gerade ein bisschen am überlegen, ob ich hier nicht den Ofen hinsetze und mir schon mal ein bisschen Stahl einschmelze. Da unten haben wir Kohle, die wir uns holen. So. Hier ist zu. Da ist ganz viel Schotter. Da ist da. Da ist dort. Den holen wir ab. Holen wir da ab. Holen wir uns hier den Lehm. Äh, das Eisen. Wir schnappen hier die Kohle und die Kohle. Und die Kohle holen wir uns natürlich auch. Dann will ich die Kohle. Natürlich sehen, ob's hier noch weiter geht. Genau wie hier. Also ich bin immer noch begeistert, wie viele Ressourcen wir hier finden. Wobei ich immer noch der Meinung bin, wir könnten eigentlich runter und weiter gehen. Und ich bin auch der Meinung, sobald ich hier den Schotter anfasse, ich wundere, dass das drauf rumlaufen nichts macht, ähm, geht das ganze Zeug fluff nach unten. So, 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 so. Und da ist erstmal nichts. Da bin ich erstmal durch. Dann bin ich hier in der Sackgasse. Hier oben ging ich quasi weiter. Und da gab's auch noch Zeug. Hier hinten geht's auch noch weiter. Och, Jungs. Och, Jungs. Warte mal, ich nehm dich mal einfach wieder mit, damit ich weiß, dass ich hier noch nicht war. So, nehmen dann natürlich den Spaß hier mit. So, und so. Und dann gehen wir hier weiter. Und dann gehen wir hier weiter. Boah, das ist alles so cool. Und was glaubt ihr, wie cool das mit Mobs wäre? Mit Vernün... Ernsthaft? Sind das diese Mies-Dinger? Die krieg ich wahrscheinlich mit dem gar nicht weg, ne? Dafür brauch ich Stahl. So, Kohle. Kohle, Kohle. Sag mal, seht ihr das da? Wie weit's da hoch geht? Das war eine super Idee mit dem Mining, ey. Das war echt eine super Idee. So wär ich gar nicht so ohne weiteres hierher gekommen. So, und so, und da, und da. Hier haben wir Kohle. Und ich will jetzt echt hier mal gucken. Ja, da passiert gar nichts. Das heißt, wir machen uns hier einen kleinen Ofen hin. Vielleicht da ins Eck mal. So. Tak, 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 tak. Haben wir hier einen kleinen Ofen. Den knallen wir mal da hin. Und, äh, Inventor. So. Knallen wir da mal ein bisschen Ding rein. Und dann knallen wir da mal ein bisschen Eisen rein. Hey, eigentlich können wir alles reinpacken. Ist ja egal. Weil es geht ja im Prinzip nicht darum, dass ich's hier lass, sondern dass ich's einfach schon in Stahl umwandel. Uiuiui. Und dann eben damit diese Kristalle abarbeite. So. Knallen wir da. Eine Fackel hin. Und da ist Ende Gelände. Okay. Wir haben da hinten ja aber noch ein Feld gesehen.